wir landeten etwas entfernt vom legosterweg nummer vier die nachmittagssonne stand bereits tiefer und ließ die luft flirren einige menschen waren auf der straße und sahen den beiden gestalten beinahe ängstlich hinterher severs ging voraus und achtete nicht auf sie luces hatte mühe mit ihm schritt zu halten was willst du mit ihnen machen wollte der melfer wissen severs schüttelte nur den kopf keine ahnung ich könnte sie umbringen ihnen wehtun aber wäre ich dann besser als sie sie haben meinen sohn um ein haar getötet doch doch es wäre falsch gleiches mit gleichem zu vergilten sagte er ich verstehe aber ganz ungeschoren nein werden sie nicht sagte severs und härtelack in der stimme es dauerte nicht lange da standen sie vor dem haus der dursleys zielsicher und ohne sich noch einmal umzusehen ging der tränkemeister auf das haus zu und klingelte luces blieb etwas verborgen hinter ihm stehen und hielt seinen zauberstab griff bereit petunia dursley öffnete und wurde blass sie wollte die tür bereits wieder zuschlagen aber severs hatte einen fuß dazwischen gestellt wir stören hoffentlich nicht petunia sagte der lehrer kalt und drängte sich an der frau ins innere luces folgte und hielt den zauberstab so dass petunia ihn sehen konnte was willst du noch spie sie severs entgegen in diesem moment kam vernon aus dem wohnzimmer und wich zurück was wollen sie in meinem haus er war rot angelaufen und drängte dudley hinter sich wieder ins wohnzimmer nun es gäbe einiges das ich gerne mit ihnen machen würde aber ich werde mich nicht auf eine stufe mit ihnen stellen sagte saris erstaunlich ruhig wir sind hier um die restlichen sachen meines sohnes abzuholen petunia wenn du so freundlich wärst sagte und trat einen schritt auf die pferdegesichtige frau zu sohn entsetzt starrte sie ihn an ja petunia sohn harry ist mein sohn lillian und ich waren verheiratet und um sie und harry zu schützen lebte sie bei james potter als sie starben da gab ich ihnen schweren herzens zu dir und deinem mann in der hoffnung hier würde er schutz und liebe bekommen aber ich irrte mich er hat ihn gequält geschlagen gedemütigt und vernachlässigt hätte ich ihn nicht vor einigen tagen hier herausgeholt wäre er jetzt tot saris war bei jedem wort näher getreten und seine zitternde hand krampfte sich um seinen zauberstab unvermittelt spürte er lusches hand an seiner sanft zog der mann ihn etwas zurück der tränkemeister atmete tief durch wie dem auch sei wo sind die sachen fragen sei zu den dursleys die sich nicht rührten im schrank unter der treppe kam es nun ängstlich aus dem wohnzimmer dudley drückte sich gegen seine eltern und zögernd trat saris nun an den schrank und öffnete ihn mit einem zauber harrys koffer stand darin und schien unversehrt der lehrer zauberte ihn klein und verstaute ihn in seinem umhang ich hoffe das war alles sagte er und funkelte die dursleys wütend an diese nickten schnell gut bevor ich herkam wollte ich euch bestrafen euch leiden sehen so wie ihr meinen sohn habt leiden lassen ängstlich fiel ihn wörnen und betunen zurück saris blick fiel auf dudley der sich schluchzend an seine mutter presste er atmete tief durch ich komme wieder ihr wisst nicht wann und was ich dann tue aber ich komme wieder sagte er knapp und ging zur haustür gefolgt von luches noch einmal drehte er sich um und sagte den menschen die seinen sohn so gequält hatten sie war deine schwester petunia und harry der neffe ich verstehe es nicht sagte er mit resignation in der stimme er wusste nicht was er erwartete ein wort des bedauerns eine einfache reaktion die ihm zeigte dass es ihr leid tat aber petunias blick blieb starr und ohne regung kopfschüttelnd wand sich der tränkemeister ab trat nach draußen luches folgte ihm und schloss die tür alles ok wollte er wissen ja sie sind bestraft sagte severs und ging los was meinst du wollte luches irritiert wissen wir leben ab jetzt in angst in der angst davor dass ich wiederkomme ich denke das reicht erklärte severs verstehend nickte luches nun sie liefen schweigen bis sie außerhalb der disapariergrenze waren winkelgasse fragen sah luches zu seinem besten freund dieser nickte und schon waren beide verschwunden an diesem abend waren nur wenige menschen in der winkelgasse unterwegs luches half severs dabei alles was harry brauchte zu besorgen die sachen die er von draco bekommen hatte würden eine zeitlang erst einmal reichen und so beschränkte sich der lehrer was das anging auf unterwäsche und socken er hatte in zwei tagen geburtstag was sollte ich ihm schenken das sollte ich doch wissen als vater oder sie versuchten das service zu luches als sie gerade vor dem geschäft für quiddich bedarf standen hmm draco hat von uns einen neuen besen bekommen ich denke harry würde sich darüber freuen sagte luches und zeigte auf die besen im schaufenster service folgte seinen blick nachdenklich nickte er ich meine es wäre ein teures geschenk aber nein nein du weißt am geld liegt es nicht ich frage mich nur von wem er das wohl hat fragte der tränkemeister nachdenklich das talent fürs fliegen wollte luches wissen und service nickte tja ganz sicher nicht von dir sagte der mail voll grinsend ja danke luke ich mag dich auch du weißt wie ich das meine du bist nicht gerade der geborene quiddich spieler wer weiß vielleicht hat ihn james unbewusst schon als baby beeinflusst oder er ist einfach der erste in einer sehr langen linie erfolgreicher sucher sagte luches service schüttelte lächelnd den kopf vermutlich hast du recht komm lass uns mal nachsehen ob der besen das richtige für ihn ist die beiden männer betraten qualität für quiddich und sahen sich um sie schienen an diesem abend die einzigen kunden zu sein ein großer junger zauberer mit dunklen haar und einem gang als sei er gerade eben nach stunden von seinem besen gestiegen kam auf sie zu ah professor snape schön sie hier zu sehen der junge man lächelte freundlich und rechte dem schränkemeister die hand mr craggy sie hier ich dachte sie seien als hüter bei den bellycastle beds unter vertrag ja bin ich auch aber zurzeit ist sommerpause und da helfe ich meinem vater im geschäft erklärte der mann und reichten auch luches die hand luches darf ich vorstellen das ist andrew craggy er war bis zu seinem abschluss vor vier jahren mannschaftskapitän bei schlisseln mit ihm haben wir dreimal den quiddich cup gewonnen erklärte saris stolz aber andrew winkte ab und das war aber nicht allein mein verdienst sagte er aber zum größten teil seitdem sie weg sind würde es nicht mehr so recht klappen sagte saris lächelnd ja ich weiß bescheid griffindor stark der kleine potter hat echt talent wie man so hört ähm ja das muss man neidlos anerkennen sagte der lehrer etwas fahrig nun also wie kann ich ihnen helfen wollte craggy wissen also wir interessieren uns für den feuerblitz dort im fenster es soll ein geschenk sein erklärte saris nun wow ein teures geschenk aber ja eine gute wahl das beste was zurzeit zu bekommen ist die irische nationalmannschaft wird nächstes jahr zur weltmeisterschaft jeder mit einem starten ist der besen für ein kind oder einen erwachsenen wollte ende nun wissen äh also ja für ein kind einen dreizehnjährigen warum fragt saris den jungen mann an man kann am feuerblitz die fußstützen verstellen das würde ich für sie machen erklärte dieser oh ja das wäre nett aber mein also der junge ist nicht besonders groß etwa so wie ein zehnjähriger kein problem sagte ende und holte den besen aus dem schaufenster er verstellte die fußstütze und reichte den feuerblitz an saris wenn das für ein kind ist dann sollten sie noch an schutzausrüstung denken sagte craggie und wies auf einen aufsteller hinter sich ähm das mach ich schon sagte lucius und holte einige sachen ich brauche ja auch noch ein geschenk erklärte auf saris irritierten blick gut soll ich alles fertig machen wollte andrew wissen ja sehr gerne und wäre es möglich die sachen per eule zu schicken fragte der tränkemeister sicher das geht sagen sie nur wann und wohin wenn sie vorne zahlen ich danke ihnen sehr andrew sagte saris zu dem jungen mann und dieser nickte lächelnd nachdem saris und lucius bezahlt und dafür gesorgt hatten dass die geschenke in zwei tagen nach melfermänner geschickt wurden banden sie sich zum gehen andrew craggie stand an der tür schön sie wieder gesehen zu haben sagte saris und reichte andrew die hand er hat mich auch gefreut ähm sagen sie professor ich will ihnen nicht zu nahe treten aber ich dachte immer sie hätten keine kinder stotterte craggie etwas verlegen schon gut sie treten mir damit nicht zu nahe ich habe einen sohn aber er hat lange Zeit woanders gelebt und nun ist er bei mir erklärte der lehrer andrew nickte da hatte er ziemlich glück sagte er meinen sie das ernst ich dachte immer ich sei nicht besonders beliebt unter den schülern sagte saris und lachte auch der ehemalige slithern lachten nun ja stimmt aber die slitherns wissen genau was sie an ihnen haben wissen sie ich habe in meiner Zeit in slithern eines gelernt strenge bedeutet auch dass sich jemand dafür interessiert was man tut sie lehrten im zusammenhalt und wie wichtig es ist füreinander einzustehen sicher auch ehrgeiz und willen aber vor allem dass niemand allein gelassen wird oh ja wir haben oft geflucht ihnen sonst was an den hals gewünscht aber am ende verdanke ich ihnen mehr als sie denken und als sie heute hierher gekommen sind da habe ich es erst wirklich verstanden ihr sohn konnte es kaum besser treffen also danke professor für alles schloss andrew und lächelte saris wusste nicht was er sagen sollte er trat vor und umarmte den jungen mann kurz danke andrew sagte er mit brüchiger stimme nicht zu danken ich meine das ernst und vielleicht komme ich ja nach hockfarts und sehe mir das erste quillte spiel des slithelns an sagte craggie und grinste tun sie das das würde mich freuen und mein sohn auch auf wiedersehen sagte der leere augenzwinkern und klopfte dem jungen mann freundschaftlich auf die schulter er hat sie kennengelernt zu haben sagte lucius und rechte andrew die hand fand ich auch mr melfoy sagte dieser und saris und der blonde verließen den laden netter junge sagte lucius als sie wieder auf der straße standen ja ist er meinst du es war falsch ihm vom harry zu erzählen warum du hast ja deinen namen nicht genannt und er wirkte nicht so als würde er gleich zum tagespropheten rennen und ihnen erzählen dass saris snape einen sohn hat sagte lucius vermutlich hast du recht sagte saris als sie wieder in richtung troffener kessel liefen also zurück nach hause es ist schon spät die jungen werden schon fast schlafen sagte lucius als sie im hinterhof des gasthauses standen der tränkemeister schüttelte den kopf nein du hattest recht ich sollte mit ihm reden ich gehe nach hogwarts würdest du die sache mitnehmen und harry von mir eine gute nacht sagen ich bin bald zurück sicher soll ich aber nicht vielleicht mitkommen wollte lucius besorgt wissen nein alles in ordnung das muss ich alleine tun aber danke für alles du weißt lucius ohne dich ohne euch hätte ich die letzten zwölf jahre kaum geschafft dankbar sei der lehrer zu seinem besten freund schon gut self dafür sind freunde da und nun geh mach dir keine sorgen harry ist bei uns gut aufgehoben sagte lucius und klopfte seine freund freundschaftlich auf die schulter dieser nickte und war im nächsten moment verschwunden als service in hogsmeet landete war es bereits vollkommen dunkel der himmel war sternenklar und der vollmond beschien den weg in richtung schloss der tränkemeister kannte den weg blind und lief zügig hinauf nach hogwarts vor dem großen eingangstor blieb er kurz stehen atmete tief durch und sah hoch zum astronomieturm er verband mit all dem hier sehr viel hogwarts war immer eine zuflucht und ein zuhause das einzige zuhause das er bald kannte aber nun stand er hier und wusste nicht was er fühlen oder denken sollte seufzen stieg er die treppe hinauf und trat ins innere alles war still so still wie es nur in den sommerferien sein konnte wenn kein schüler sich hier aufhielt es war fast so als würde das schloss in dieser zeit luft holen für das neue jahr service mochte diese zeit auch wenn er nicht gerne alleine war so genoss er doch dann und wann die ruhe so war schon als er als kind durch die leeren gänge streifte nun stieg er die treppe weiter hinauf vor den beiden steinernen wasserspeiern blieb er stehen und seufzte die figuren gaben den eingang frei ohne dass er ein passwort sagen musste und der lehrer klopfte an die holztür er eintrat der weißhaarige mann der am schreibtisch saß sah auf und lächelte forks der auf seiner stange saß legte den kopf schief und seine phönix augen funkelten wie kleine opale self mein junge was führt dich um diese uhrzeit zu mir sagte elvis dumbledore legte die feder beiseite und stand auf guten abend vater ich muss mit dir reden es geht um harry sagte saris ruhig und schloss die tür hinter sich das sieht aus die des die 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 und Vielen Dank.